Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen. Heute werden wir besprechen, wie die Reinigung ihrer Nieren mit Obst erfolgen kann. Sind die Nieren einmal geschädigt, ist keine Reparatur mehr möglich. In jeder Niere befinden sich ungefähr eine Million Nephrone, die kontinuierlich Blut filtern. Alle Substanzen, die sie konsumieren, aufnehmen oder denen sie ausgesetzt sind, gelangen in ihren Blutkreislauf und durch die Nephrone fließen. Die Nephronen regulieren, was in ihrem Körper verbleibt und was ausgeschieden werden sollte. Mit dem Alter schrumpfen einige Nephrone und es ist möglich, dass bis zu 20% davon verloren gehen. Um die Gesundheit der Nieren zu erhalten, ist es wichtig, eine gesunde Ernährung einzuhalten und schädliche Stoffe zu vermeiden. Einige Früchte sind besonders förderlich für die Nierengesundheit. Sie sind nicht nur lecker, sondern unterstützen auch die Gesundheit der Nieren, indem sie sie erhalten und reinigen. Diese Früchte unterstützen die Erhaltung der Nierengesundheit, wenn sie in die Ernährung integriert werden. Wir untersuchen, welche Früchte am besten geeignet sind und wie man sie täglich genießen kann. Stellen Sie sich vor, Ihre Nierengesundheit könnte durch eine kleine Anpassung verbessert werden. Der Konsum einer Frucht, die gut für Ihre Nieren ist, könnte Ihr Leben verbessern. Interessieren Sie sich für diese Früchte? Bereit? In diesem Video werden verschiedene Früchte vorgestellt, die für ihre reinigende und Nierengesundheitsfördernde Wirkung bekannt sind. Wir werden die spezifischen Vorteile jeder Frucht besprechen und praktische Tipps zur Maximierung ihrer Wirkung bieten. Die Informationen wurden von medizinischem Fachpersonal überprüft und sind unvoreingenommen. Beginnen Sie mit diesen effektiven Früchten für gesunde Nieren. Zuerst Blaubeeren. Blaubeeren sind wie eine natürliche Apotheke für ihre Nieren. Antioxidantien sind reichhaltig und wichtig für die allgemeine Gesundheit und besonders förderlich für die Nierenfunktion. Gemäß Informationen der Nationalen Nierenstiftung sind Blaubeeren bei Nierenproblemen wie chronischer Nierenerkrankung und Nierensteinen hilfreich. Dies wird durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Der geringe Natrium-, Kalium- und Phosphorgehalt macht Blaubeeren zu einer guten Wahl für Personen, die ihre Mineralstoffaufnahme regulieren möchten. Heidelbeeren enthalten Anthociane, die Bakterien vorbeugen. Durch das Ablösen von den Harnwegen reduziert es das Risiko einer. Harnwegsinfektion. Blaubeeren können dazu beitragen, Harnwegsinfektionen vorzubeugen, die der Nierengesundheit schaden können. Forscher enthüllen zunehmend mehr Vorteile. Eine Studie aus dem Jahr 2022 deutete darauf hin, dass die in Blaubeeren enthaltenen Anthociane die Verlangsamung der Diabetischen Nierenerkrankung, DKD, unterstützen könnten. Eine Studie mit beinahe 1.000 Frauen hat ergeben, dass der Verzehr von Anthoxianen mit einem niedrigeren Blutdruck und einer verringerten Arteriensteifigkeit in Verbindung gebracht wurde. Beides ist von Bedeutung, weil Bluthochdruck ein Risikofaktor für Nierenerkrankungen darstellt. Heidelbeeren können auch oxidativen Stress bekämpfen, bei dem freie radikale Zellen schädigen, eine Hauptursache für Nierenerkrankungen. Blaubeeren fördern die Nierengesundheit. Blaubeeren sind köstlich und gesund. Fügen Sie sie zu Haferbrei oder Smoothies hinzu. Blaubeeren sind auch als Snack geeignet, da sie Antioxidantien und Polyphenole enthalten, die oxidativen Stress bekämpfen und den Nieren zugutekommen. Eine Tasse Blaubeeren enthält zum Beispiel ungefähr 9.019 Antioxidantien. Wilde Blaubeeren enthalten dagegen ungefähr 13.407 und zwei anzig Antioxidantien. Ein hoher Antioxidantiengehalt deutet darauf hin, dass Blaubeeren dazu beitragen können, Nierenschäden vorzubeugen. Heidelbeeren haben nierenschützende Eigenschaften. In einer Studie an Tieren im Jahr 2021 wurde festgestellt, dass die Expression von TNF-Alpha durch Blaubeerextrakt reduziert wird. Es handelt sich um ein Gen, das Entzündungen verursacht und maßgeblich für chronische Nierenerkrankungen verantwortlich ist. Blaubeeren unterstützen die Nierenfunktion durch ihre entzündungshemmende Wirkung. Eine weitere Studie an Ratten zeigte, dass die Zugabe von Blaubeeren zu ihrer Ernährung die Nierendurchblutung steigerte und die Gene zur Regulierung des Blutdrucks und des Flüssigkeitshaushalts verbesserte. Dies förderte die Gesundheit der Nieren. Lassen Sie uns jetzt zur nächsten nierenfreundlichen Frucht übergehen, dem Apfel. Ein täglicher Apfel könnte Nierenärzten den Weg ersparen. Es ist von Bedeutung, die Zufuhr von Kalium, Natrium und Phosphor im Auge zu behalten. Besonders relevant, wenn Nierenprobleme vorliegen oder die Nierenfunktion beeinträchtigt ist. Äpfel sind eine hervorragende Wahl, da sie geringe Mengen dieser Mineralien enthalten und viele weitere. Nährstoffe bieten. Ein Hauptvorteil von Äpfeln ist ihr hoher Ballaststoffgehalt. Ballaststoffmangel ist wichtig für die Nierengesundheit, da er das Risiko von Nierenerkrankungen verringert. Die Verbesserung der Darmgesundheit durch Nahrung und Ballaststoffaufnahme unterstützt ihre Nieren dabei, Abfallstoffe effizienter zu verarbeiten und auszuscheiden. Apfelpektin ist ein löslicher Ballaststoff mit verschiedenen Funktionen. Pektin unterstützt die Regulierung des Blutzuckers und fördert die Gewichtsabnahme, was sich positiv auf die Nierengesundheit auswirkt. Pektin hilft auch bei der Therapie von Diabetes und Adipositas, zwei Risikofaktoren für Nierenerkrankungen. Einige glauben an die Fähigkeit von Pektin, dem Körper zu helfen, Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Arsen zu entfernen. Die Forschung zu diesem Thema ist jedoch nicht eindeutig. Äpfel bieten auch eine ausgezeichnete Quelle von Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien. Sie sind eine gesunde Option. In einer Studie aus dem Jahr 2018 konsumierten 16 Nierenpatienten täglich zwei Fuji-Äpfel. Eine ganze Woche lang erhöhte sich ihr Antioxidantien-Spiegel, ohne dass ihr Kaliumspiegel beeinträchtigt wurde. Äpfel sind eine gesunde und sichere Ergänzung der Ernährung für Menschen mit Nierenproblemen. Äpfel enthalten reichlich Antioxidantien wie Quercetin und Anthocyane. Sie enthalten auch Chlorogensäure, die vor Schäden und Entzündungen schützt. Die bemerkenswerte Fähigkeit von Quercetin, den Blutdruck zu senken, ist hervorzuheben. Wenn Bluthochdruck die Nieren schädigt, geschieht dies, weil er die Blutgefäße beeinträchtigt, die schmäler und schwächer werden. Wenn Äpfel in ihre Ernährung integriert werden, sollten sie am besten frisch und ganz gegessen werden. Normale Äpfel werden von der Environmental Working Group, EVJ, als achthöchster Wert auf ihrer Liste bewertet. Äpfel aus biologischem Anbau oder mit integriertem Schädlingsmanagement sind vorzuziehen, da sie weniger schädliche Pestizide enthalten, die ihren Nieren schaden können. Beim Getrocknete Äpfel sind ein praktischer Snack, jedoch fehlt ihnen Vitamin C und sie enthalten häufig Zucker und zusätzliche Kalorien, was schädlich für ihre Nieren ist. Auch im Handel erhältlicher Apfelsaft wird filtriert und pasteurisiert. Dadurch werden die meisten Antioxidantien und Ballaststoffe entfernt und mehr Zucker hinzugefügt. Als nächstes Preiselbeeren. Preiselbeeren sind eine gute Wahl zur Förderung der Nierengesundheit. Mit ihrem niedrigen Natrium-, Kalium- und Phosphatgehalt sind sie eine großartige Ergänzung einer nierenfreundlichen Ernährung. Blaubeeren und Preiselbeeren sind reich an Antioxidantien wie Vitamin C und enthalten wenig Zucker. Quercetin, Anthosiane, Phenolsäure, Resveratrol und Flavonoide sind Verbindungen, die BI der Bekämpfung von oxidativem Stress und Infektionen unterstützen. Sie mildern auch Entzündungen, die schädlich für ihre Nieren sind. Proanthosianidine stellen einen wichtigen Bestandteil von Cranberries dar. Sie unterstützen die Bekämpfung von oxidativem Stress, indem sie schädliche Radikale neutralisieren, die den Nierenzellen schaden können. Dies unterstützt die generelle Nierenfunktion. Cranberries können auch dazu beitragen, Harnwegsinfektionen, HWI, vorzubeugen und zu lindern. Es handelt sich um eine Nierenerkrankung. Harnwegsinfektionen können durch Bakterien wie E. coli verursacht werden, Colibakterien, die in die Harnwege gelangen. Aufgrund möglicher Nebenwirkungen von Antibiotika suchen viele Menschen nach natürlichen Heilmitteln. Cranberries können ihrer Ernährung durch Säfte, frisches Obst oder Nahrungsergänzungsmittel hinzugefügt werden. Um die gesundheitlichen Vorteile zu erhalten, ist es am besten, Produkte ohne zugesetzten Zucker zu wählen. Der regelmäßige Konsum von Cranberries kann dazu beitragen, gesunde Nieren zu erhalten. In einer Überprüfung von Cochrane aus dem Jahr 2008 wurden 10 Studien mit 1498 Teilnehmern analysiert. Die Untersuchung zeigte, dass Produkte auf Cranberry-Bases die Häufigkeit von Harnwegsinfektionen über einen Zeitraum von einem Jahr um 35 Prozent reduzieren. Preiselbeeren sind am effektivsten zur Vorbeugung von Harnwegsinfektionen, nicht zu deren Behandlung. Sobald die Bakterien an Zellen im Harnsystem haften, ist eine Behandlung erforderlich. Cranberries tragen auch dazu B, dass sie hydriert bleiben. Dies ist bedeutend für ihre Nierengesundheit. Wasser unterstützt die Nieren dabei, Abfallstoffe aus dem Blut zu filtern und in Urin umzuwandeln. Vermeidung von übermäßiger Flüssigkeitsaufnahme ist ebenfalls wichtig, da dies zu Flüssigkeitsretention und Schwellungen führen kann. Es ist einfach und macht Spaß, frische Bio-Cranberries in ihre Ernährung zu integrieren. Fügen Sie sie zu Ihrem Haferbrei hinzu, integrieren Sie sie in Salate oder genießen Sie sie einfach pur. Smoothies können durch Zugabe von Preiselbeeren verfeinert werden, um Ihnen einen leckeren Snack zu verleihen. Suchen Sie nach Preiselbeeren, die zurückspringen, wenn sie fallen gelassen werden. Die Schale einer Frucht sollte leicht glänzend und tiefrot sein, da dies ein Zeichen für Reife und einer erhöhten Konzentration an hilfreichen Verbindungen ist. Getrocknete Cranberries sind praktisch, aber sie bieten nicht die gleichen gesundheitlichen Vorteile wie frische Cranberries aufgrund des zugesetzten Zuckers und der reduzierten Nährstoffmenge. Von einem gesundheitlichen Standpunkt aus betrachtet sind frische oder gefrorene Cranberries die beste Option. Nummer 4 Weintrauben. Trauben fördern auch die Nierengesundheit, indem sie die Entgiftungsprozesse unterstützen. Der hohe Wassergehalt der Trauben unterstützt die Aufrechterhaltung der Flüssigkeitszufuhr. Die effiziente Ausscheidung von Abfallstoffen und Giften durch die Nieren ist von entscheidender Bedeutung. Trauben sind natürliche Diuretika, die die Produktion von Urin erhöhen und die Entgiftung des Körpers fördern. Es ist besonders hilfreich für Personen mit Nierenproblemen, die zu Wassereinlagerungen führen können. Resveratrol bietet bedeutende gesundheitliche Vorteile als Antioxidans. Es ist ein üblicher Bestandteil von Trauben. In Studien und BI-Tieren wurde festgestellt, dass Resveratrol oxidative Schäden und Entzündungen reduziert, die wichtige Faktoren zur Verhinderung von Nierenschäden sind. Es dient nicht nur der Schadensverhütung, sondern verbessert auch die Struktur und Funktion der Nieren. Die Einnahme von Resveratrol kann beim Menschen vor chronischer Nierenerkrankung schützen, indem sie die Nierenfiltrationsrate und das Urinvolumen steigert. Dies deutet darauf hin, dass Weintrauben die Nierengesundheit schützen können. Trauben enthalten zusätzlich andere Flavonoide wie Quercetin und Epicatechin. Diese Verbindungen haben entzündungshemmende Wirkungen und antioxidative Eigenschaften, die das Risiko von Nierenerkrankungen verringern. Resveratrol reduziert auch das Wachstum von Nierenkrebszellen. Dies ist ein weiterer gesundheitlicher Nutzen, den Trauben bieten können. Untertitelung des ZDF, 2020